In der Westkirche ist sie kaum bekannt. Im römischen Kalender hat sie nicht einmal ein eigenes Fest. Dabei gehört sie zu den am besten bezeugten heiligen Frauen der alten Kirche. Und auch heute können wir von ihrem Vorbild als Witwe und Diakonisse, die in ihrem irdischen Leben alles verlor und doch alles gewann, lernen. Die heilige Olympias von Konstantinopel Olympias oder lateinisch Olympia wurde als Tochter einer illustren heidnischen Familie um das Jahr 360 wahrscheinlich in Nikomedien auf dem Gebiet der heutigen Türkei geboren. Ihr Vater war Graf im Oströmischen Reich, einer ihrer Vorfahren war römischer Konsul und ihre Mutter war aus erster Ehe die Witwe des armenischen Kaisers. Doch die ersten Schicksalsschläge lassen nicht lange auf sich warten. Beide Eltern starben früh. Doch wie so oft zeigt sich auch hier, dass Gott es mit seinen zuweilen harten Fügungen gut meint. Das junge Waisenkind kam in die Obhut ihres frommen christlichen Onkels, einem Freund des heiligen Gregors von Konstantinopel, der wiederum selbst ein väterliches Interesse an den Mädchen hatte. Ihre Erzieherin Theodosia war eine Schwester des heiligen Amphilochos und wurde vom heiligen Gregor als Abbild der christlichen Güte bezeichnet. Diese liebevolle christliche Erziehung öffnete ihr den Weg zur Heiligkeit. Als Erbin großer Reichtümer und zusätzlich von großer äußerer Schönheit wurde sie schon in zarter Jugend von Männern zur Ehe begehrt. Etwa 16 Jahre alt heiratete sie den jungen Nebridius, Präfekt von Konstantinopel, einem Mann von tadellosem Charakter. Der heilige Gregor gehörte zu den geladenen Gästen, konnte jedoch nicht erscheinen und schrieb ihr stattdessen ein Gedicht über die Ehe. Doch nur kurze Zeit wehrte dieser Bund. Bald nach der Hochzeit starb ihr Mann. An heiratswilligen Verehrern dürfte es der jungen Witwe aber weiterhin nicht gemangelt haben. Auch der byzantinische Kaiser Theodosius hatte sie im Visier. Er verlangte, sie solle sich mit seinem Verwandten und Günstlingen Elpidius vermählen. Olympias aber lehnte alle Heiratsanträge ab. Sie hatte schon beschlossen, im Witwenstand zu verharren und ein gottseliges Leben zu führen. Wenn Gott mich für den Ehestand bestimmt hätte, schrieb sie an den Kaiser, so hätte er den Mann, den ich liebte, nicht von dieser Erde abgerufen. Weil er wusste, dass ich für die Ehe nicht geeignet bin, darum hatte er mir das süße Joch der Enteilsamkeit aufgelegt. Der Kaiser zürnte, beschlagnahmte ihr Vermögen und verbot ihr, Geistliche zu empfangen. Die Heilige reagierte mit einem Dankesbrief. Der Kaiser könnte mir keinen größeren Segen erteilen, als zu befehlen, dass mein Reichtum der Kirche und den Armen zugutekommen soll. Im Laufe der Zeit wurde Theodosius einsichtig und gab schließlich ihr Vermögen wieder frei. In sich selbst brauchte sie davon nicht mehr als die geringste Magd. Sie vereinigte einige gottgeweihte Jungfrauen zu einer Art klösterlicher Gemeinschaft und führte mit diesen ein Leben der strengsten Entsagung. Dadurch konnte sie mit ihren Reichtümern eine riesige Wohltätigkeit bewirken. Ihre Sorge für Hilfsbedürftige jeder Art, für Kranke, Arme, Fremde und Sklaven insbesondere, wie auch ihre Freigiebigkeit für kirchliche Zwecke, reichte weit über die Stadt hinaus und erstreckte sich, wie der heilige Johannes Chrysostomus in einem Brief an sie sagt, bis an die Grenzen der Erde. Neben ihrer feurigen und rastlosen Nächstenliebe rühmt er ihre tiefernste Frömmigkeit, ihre harten Abtötungen, ihre starkmütige Geduld, ihre Demut und Bescheidenheit. Angesichts ihrer Verdienste wurde sie mit nicht ganz 35 Jahren zur Diakonissin geweiht und sogar vom Patriarchen von Konstantinopel für kirchliche Angelegenheiten nicht selten zu Rate gezogen. Die Diakonissen erfüllten in der alten Kirche ein erhabenes und wichtiges Amt. Sie sorgten für den weiblichen Teil der Gemeinde und dienten in der antiken Welt nicht zuletzt der Bewahrung des Anstandes und der Würde des weiblichen Geschlechts. Sie brachten kranken Frauen die Kommunion, halfen bei der Taufe, zu der sie den ganzen Körper der Taufbewerberin salten, nur das Haupt durfte sie nicht salben. Sie halfen auch bei der Vorbereitung des Leichnams, wenn eine christliche Frau starb, hatten katechetische Aufgaben für Frauen, Mütter, Jungfrauen, Kinder und Waisen. Sie dienten den Witmen, besuchten und pflegten Kranke und wurden anstelle von männlichen Geistlichen auch in heidnische Häuser mit christlichen Frauen geschickt, um in der damaligen Welt keinen Anlass zum Argwohn zu geben. In der modernen Kirche wird oft die Frage gestellt, ob die Kirche Frauen die sakramentale Diakonatsweihe spenden kann. Das ist nicht der Fall. Diakonissen wurden in einer Zeremonie mit Handauflegung geweiht, die durchaus an die sakramentale Weihe erinnert, aber aus der Tradition ist klar zu erkennen, dass sie keinesfalls mit den Diakonen gleichgesetzt wurden. So fehlt auch im Weihgebet für Diakonissen, das uns aus den apostolischen Konstitutionen überliefert ist, der Hinweis auf den höheren Weihegrad wie bei den Diakonen. Ähnliches gilt übrigens für die immer nur Männern vorbehaltene Subdiakonatsweihe, die im römischen Katechismus als höhere Weihe in einem Atemzug und ohne klare Abgrenzung mit Diakonats-, Priester- und Bischofsweihe genannt wird, obwohl sie definitiv kein Sakrament darstellt. Zurück zu unserer Heiligen. Ein inniges geistliches Verhältnis bildete sich zwischen ihr und dem heiligen Johannes Chrysostomus, dem neuen Patriarchen von Konstantinopel. Während er sie auf dem Weg der Vollkommenheit leitete, sorgte sie für seine leiblichen Bedürfnisse, die er über seiner bischöflichen Amtstätigkeit allzu sehr vernachlässigte. Beide waren in ihrer selbstlosen Demut um das leibliche Wohlsein des Anderen besorgt, verschonten sich selbst aber nicht mit harter Askese und Arbeit. Mehrfach hatte der Heilige selbst eine Bewunderung gegenüber der tapferen Witwe zum Ausdruck gebracht. Aber auch diese Bezugsperson sollte ihr entrissen werden. Der heilige Patriarch Johannes kämpfte unermüdlich gegen Missstände in der damaligen Kirche an und wurde deswegen ins Exil geschickt. Die Trennung von ihm war aber erst der Anfang der schweren Leiden, von denen sie in der Folge fast erdrückt wurde. Kaum hatte nämlich Chrysostomus die Stadt verlassen, als eine Feuersbrunst seine Kathedrale, seine bischöfliche Wohnung und den Palast des Senates in Asche legte, und seine Feinde schämten sich nicht zu behaupten, er selbst habe gemeinsam mit seinen Geistlichen das Feuer angezündet, damit kein Nachfolger seinen bischöflichen Thron besteigen sollte. Viele von seinen Freunden wurden deshalb vor Gericht gestellt, mehrere grausam gefoltert. Auch Olympias wurde mehrmals verhört, aber nachdem der Richter keine Schuld an ihr finden konnte, vielmehr durch ihre treffenden Antworten nur Ärger und Verlegenheit geerntet, wurde sie wieder entlassen. Bald gab es neue Quälereien. Sie wurde unter Androhung schwerer Strafen aufgefordert, sich zum Schismatiker Arsacios zu bekennen, der nach dem Abzug des heiligen Chrysostomus den Patriarchenstuhl von Konstantinopel gekapert hatte. Da sie sich weigerte, musste sie eine bedeutende Geldbuße zahlen. Unendlich mehr jedoch als diese Verleumdungen und Verfolgungen ging ihr das Elend zu Herzen, das inzwischen über die Kirche hereinbrach. Denn viele Gemeinden wurden von der Einheit der Kirche losgerissen und fielen an schismatische Bischöfe und dadurch, wie Chrysostomus in seinem zweiten Brief sagt, zum Hirten einen Wolf, zum Steuermann einen Seeräuber, zum Arzt einen Scharfrichter erhielten. Die Trauer über dieses Urteil, zugleich mit dem Schmerz über die Trennung von ihrem Bischof und väterlichen Freund, wirkte auf Olympias so gewaltig, dass sie einer ernsthaften Depression verfiel und sich sogar den Tod wünschte. Im Briefverkehr zwischen Chrysostomus und Olympias finden wir anschauliche Beschreibungen über eine solche unerträgliche Trübsal, die einem Menschen den Lebenswillen rauben kann, die jedem, der selbst einmal das Kreuz seiner Depression tragen muss, bekannt vorkommen dürften. Ihr geistlicher Vater Johannes suchte mit zahlreichen Briefen, die zum Teil bis heute überliefert sind, zu trösten. Nach und nach konnte sie das innere Gleichgewicht und die Ruhe der Seele wiederfinden, auch wenn die Erschwernisse in ihrem Leben nicht weniger wurden. Von ihren fernen Schicksalen wird uns wenig mehr erzählt. Wegen ihrer Anhänglichkeit an den heiligen Patriarchen Johannes Chrysostomus wurde sie im Jahr 404 erneut vor Gericht gestellt, unschuldig verurteilt und mit schwerer Geldstrafe belegt. Daraufhin ging sie freiwillig ins Exil, bis die Wut der Verfolgung nachließ. Wahrscheinlich am 25. Juli 408 ging sie in die ewige Seligkeit ein. Im traditionellen römischen Ritus wird ihr am 17. Dezember gedacht. Heilige Olympia, bitte für uns. Heilige Olympia, bitte für uns. Untertitelung des ZDF, 2020